Der Song Contest in Rotterdam soll mit Publikum stattfinden und warum färben wir eigentlich zu Ostern die Eier ein? Das und mehr gibt es jetzt gleich für euch bei PUSH am Freitag, dem 2. April, aber davor werfen wir wie immer einen kurzen Blick aufs Wetter. Auch wenn die Temperaturen der letzten Tage richtig fein waren, ich habe es auch sehr genossen. Normal sind sie für diese Jahreszeit nicht. Heute bleibt es zwar noch immer ziemlich warm, im Süden bekommt es bis zu 22 Grad, aber die Sonne ist nicht mehr ganz so präsent. Am Osterwochenende erwartet uns dann leider ein richtiges Aprilwetter. Wechselhaft, sehr windig, Regen, Schnee und spürbar kälter. Im Mai findet ja der Song Contest in Rotterdam statt. Lange war nicht klar, wie er stattfinden wird. Gestern haben die niederländischen Organisatoren mitgeteilt, dass sie das Musikspektakel mit Publikum stattfinden lassen wollen. Die Regierung in Den Haag hatte zuvor angekündigt, dass der Song Contest zum Testfall gemacht werde. Im Rahmen eines Forschungsprojekts soll untersucht werden, ob und wie in Pandemiezeiten Ereignisse mit Publikum sicher organisiert werden können. Ob man auch aus anderen Ländern hinreisen darf, ist noch unklar. Bei allen Shows, also Proben, Halbfinale und Finale sollen jeweils maximal 3500 ZuschauerInnen zugelassen werden. Das ist in etwa die Hälfte der möglichen Zuschauerzahl. Voraussetzung ist natürlich dafür ein negatives Testergebnis. Seit gestern gilt an fünf Plätzen in Wien, also am Donaukanal, Schwedenplatz, Stephansplatz, Museumsquartier und Karlsplatz eine Maskenpflicht auch im Freien. Was sagen denn dazu die ÖsterreicherInnen? Gut so oder übertrieben? Finde ich richtig. Viel zu spät. Viel zu spät. Ich bin eigentlich dagegen. Ich glaube, viel können wir da eh nicht machen. Wenn es wissenschaftlich belegt ist, dass es auch outdoor sinnvoll ist, finde ich es gut. Wenn man das jetzt nur quasi macht aus Verzweiflung oder weil man sich nicht mehr zu helfen weiß, dann finde ich es eigentlich nicht so gut. Also ich persönlich glaube, an belebten Orten ist es vielleicht manchmal nicht schlecht, eine Maske zu tragen, aber es entscheidet jeder selbstständig. Ja, es ist sehr einschränkend, denke ich mir. Und ja, ich weiß nicht, was die Regierung dann als nächstes vorhat, aber irgendwie ist es ein bisschen zu übertrieben, denke ich mir. Ich finde es richtig. Nur weil wir in der frischen Luft sind, heißt es nicht, dass es sicher ist. Ja, ich habe die Maske auch schon getragen. Teilweise an Orten, wo man nicht unbedingt eine Maske tragen muss. Also mich starrt es nicht wirklich. Wegen des Krieges in Syrien mussten Millionen Menschen ihre Heimat verlassen und flüchten, aus Angst um ihr Leben. Ihr ganzes Hab und Gut mussten sie zurücklassen und dazu gehören natürlich auch ihre Haustiere. Ernestos Sanctuary ist eine Organisation, die sich um zurückgelassene Katzen kümmert. Dort werden sie gepflegt, gefüttert, aber auch medizinisch betreut, da viele von Bombenanschlägen verletzt wurden. Mittlerweile leben über 1000 Tiere auf der Station, das 2000 Quadratmeter groß ist und sich in Idlib im Norden Syriens befindet. Die Station wurde nach der Katze eines Italieners benannt, der beim Aufbau der Station mitgeholfen hat. Habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, warum wir die Eier zu Ostern bunt anmalen? Ja, es sieht natürlich schön aus und Eierfärben macht auch richtig viel Spaß, aber das hat natürlich einen bestimmten Grund. Früher hat man in der Fastenzeit auch auf Eier verzichtet. Allerdings haben die Hennen keine Pause in der Fastenzeit gemacht und logischerweise weiter ihre Eier gelegt. Um sie länger haltbar zu machen, wurden dann die Eier eingekocht und damit sie nicht mit frischen Eiern verwechselt worden sind, wurden diese einfach rund angemalt und später dann zum Osterfest verschenkt. Das war es auch schon wieder mit Push am Freitagmorgen. Jetzt heißt es erstmal gescheit munter werden, vielleicht noch eine Tasse Kaffee trinken und wir sehen uns dann beim nächsten Update. Bis bald!